Ich heiße Jens Hansen und bin 84. Ich bin vor zwei Jahren Witwer geworden und wohne hier im Hospital zum Heiligen Geist in Hamburg-Poppenbüttel. Es gibt alle möglichen Beschäftigungsarten hier, an denen man sich beteiligen kann. Dazu gehört vor allem auch dieses Spielen. Regelmäßiges Spielen tut unseren Bewohnern richtig gut. Sie haben die Gemeinschaft, sie fördern ihre Beweglichkeit, das Reaktionsvermögen wird trainiert und sie sind mobil. Ich spiele so gern, habe ich schon immer gern getan. Man geht auch nach dem Spiel nicht gleich so auseinander, sondern man redet noch miteinander, man gibt sich Tipps oder man verabredet sich auch noch für andere Dinge. Also die Kontakte werden sehr gefördert. Und jetzt kommen die Gewinnzahlen. Unvergessliche Momente und spannende Aktivitäten mit der ganzen Familie. Ein abwechslungsreiches Wochenende im neuen Centerparks Park Allgäu am Fuße der Alpen gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 3995 423. Einen Mini Cooper gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 5355 108. Entspannen Sie zu zweit im Vier-Sterne-Superior-Hotel Bernstein und genießen Sie traumhafte Blicke über das Meer. Eine einwöchige Wellnessreise ins Ostseebad Selin auf Rügen gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 4 0 1 4 0 5 2. Einen Mini Cooper Clubman gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 2 9 7 8 6 0 8. Und 100.000 Euro gewinnt das Los mit den Endziffern 8 3 7 8 0 8 4. Und kurz vor der Tagesschau geht's weiter.